Die Schauspielerin Anna Fritz wurde während einer privaten Party tot im Badezimmer aufgefunden. Morgen früh findet die Autopsie statt. Wo sich ihre Leiche befindet, wird nicht bekannt gegeben, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Und wie ist sie so? Komm, ihre Titten hast du angeguckt, du perversling. Na klar, hättet ihr doch auch gemacht, oder? Und, ist sie noch irgendwo da drin? Noch bis morgen, in der Pathologie. Wollt ihr sie sehen? Wie findet ihr's? Gefällt euch mein Büro? Wer von denen ist Anna Fritz? Sicher, dass hier keiner reinkommt? Keine Sau. Seid ihr bereit? Ich hab noch nie ne Leiche gesehen. Ich glaub, ich drehe durch. Sieht überhaupt nicht tot aus, oder? Nein. Ist erst seit ein paar Stunden hier. Wie fühlt sich das wohl, eine Tote zu vögeln? Ich mach sie klar. Bist du bescheuert? Wir tun ihr damit doch nicht weh, Mann. Sie ist tot. Du solltest sie auch knallen, Alter. Du weißt nicht, was du verpasst. Was? Du weißt nicht, was du jinst. Und? 인이idosen? Untertitelung des ZDF, 2020